Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild und heute bekämpfen wir ein paar Monster an einer Küste für einen Fischer. Das ist mal eine kräftige Verschwendung von Rivale Sturm, aber besser als wenn ich den ganzen Weg zu Fuß gegangen wäre. Und die Krise ist da hinten. Okay, dann war der Anlass. Hey! Wir werden immer noch nicht. Also dieses Korn zurück meinte der. Ich glaube, hier gibt es keinerlei Verbindungen, oder? Hey, immer ruhig bleiben. Ich will nur gucken. Hey! Was ist das? Ein Floß. Gleich ist es aufgelenkt. Ja, brenne, kiste, brenne. So. Hahaha, sehr witzig. Das ist gut. Danke. Hey. Hallo, dass du... Jetzt bist du so dumm und springt da her. Hier hat du mich. Das ist so dumm. Hier oben war halt noch ein Gegner. Da kriegt einer in den Kopf geschleudert. So kann man sie ja am besten besiegen. Hm. Ach, Bling, du. Wer fährt das Boot denn noch kommen? Wie scheint, werden wir heute diesen Part wieder nicht mit dem 17 Uhr schaffen? Ich drücke den Schirm, nicht tauchen, Link. Ah. Nee, hat nichts Wichtiges. Oh, da waren schon alle? Und wir haben jetzt etwas nach. Na, Königshenball war drin, wie es scheint. Hm. Merde. Gerne huecoFE Wir haben ja noch für so eine Schätze noch. Ein Topaz. Okay, sehr viel Fischer. Ein Königsschwert. Der kann weg. Der kann weg. Und wo? Oh, da hinten ist das. Ah, noch etwas weiter hinten. Angerstadt, willkommen. Es ist nicht sehr gut, wenn man das Mikro schlägt. Oh, da hinten ist das Mikro schlägt. Oh, da hinten ist das Mikro schlägt. Oh, da hinten ist das Mikro schlägt. Mal sehen. Wie ist das Mikro schlägt. Das Mikro schlägt. Das Mikro schlägt. Oh, da hinten ist das Mikro schlägt. Das Mikro schlägt. Das Mikro schlägt. Oh, da hinten ist das Mikro schlägt. Oh, da hinten ist das Mikro schlägt. Das Mikro schlägt. Und das Mikro schlägt. Und das wird verkaufen. Alter Sachen. Isolier. habe ich schon habe schon die kann man sich hier kaufen auch wenn ich so gut preis das nintendo switch jetzt kann man sich hier kaufen croc maske alles was man irgendwie schon mal sich gefördert aber auch sehen irgendwie kaputt gemacht hat verloren hat okay nur verkauft hat kann man sich dann hier neu kaufen doch nicht danke davon dass man dich kennt hier ich habe schon gefragt was tut man wenn man aus versehen die sachen mal verkauft geld bringen tun ja gar nicht aufwerten man die auch nicht lösen kann man sich dann hier wieder neu holen konnte ich ausruhen ich will mich nicht ausruhen ich will hier gegen laufen was hey sei nicht so fies was ich habe ich schöne häuser außer von außen ich weiß nicht was man in diesem ja modernen kunstteil gut heißen kann bis mittags warten wir ich wollte gerade warten um zu sehen wo meine aufgabe ist aber da hätten sie ich weiß nicht Denn da hinten sind Wächter. Und die soll ich auseinander nehmen. Und er soll zusehen. Und die 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 soll zusehen. Ja. Und auf wieder nach Tabu-Ursa. Tabu-Ursa heißt das Ort. Und die soll. Und die soll zusehen. Und die soll zusehen. Und die soll zusehen. Ich kann mich noch daran erinnern. Wo in der Mitte nur ein riesiger Fels, äh, dass sie überall nur Felsen standen. Wie, wenn uns dank uns diese Stadt hier erst glücklicher blühen konnte. Ich hab dich zerstört. Wolltest du dich etwa, dass der Vorschuss mehr war als die Hauptsumme? Ich lege keinen rein, der einen Schild hat. Hm. Sie sind wie sogar ihre eigene gestattete Göttin. Eeeh, 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 eeeh. Hier ist eigentlich ein schöner Ort. Hier kann man auch dann wieder, äh, spezielle Restaurants wieder kaufen. Hier kann man auch ein bisschen wiederholen, aber es wird Zeit, dass wir vor allem aus den Knallen gehen. Ah, das ist eigentlich eigentlich auch sehr. wir wollen ja langsam mal wissen was an dem ein ort ist sag es mir noch mal los geht dieses wort das hält wer zu teil die verjährung abzuwehren ja ich er einst wieder das wäre so blau die klippe style weiß zum schatz den zur zeit der 17 ich dort die nieder der schatz des hellen ob da was wenn es um den hellen geht der sich gegen die verehrung gestellt hat muss ja ein riesenbatzen sein nun denn möge dein weg von licht erfüllt seien 17 und Was ist das? Und? Das ist der Schatz. Kann nur der Schatz sein. 300 Rubina. Wow. Was soll er dazu grundsätzlich sagen? Was soll er? Hier würde ich mehr erwartet davon, aber euch noch einen schönen Tag und tschau, mahnt sie sich im Lesenbad.